herzlich willkommen zurück liebe leute hier bei crusader kings 2 wir setzen hier unser let's play fort und ich habe mir tatsächlich noch einen unterstützer wenigstens geholt nämlich ab man das ist von ravenna eine riesige verschwörung stärke aber ich glaube sonst geht das hier nicht voran mit leonard dass wir auch ihn umgebracht bekommen bekannter mörder sind wir sowieso schon also von daher so wer ist gaucher und was macht er an meinem hof ein ordentlicher intrigenspinner was warum sollte ich den da behalten wir befehlen ihm mal einem mönchsorden beizutreten weil wir für ihn gar keine verwendung haben warum nicht mal gucken was er dazu sagt so kaiser lambart hat dojo reste von pisa den krieg was habe ich denn mit dem dojo von pisa zu tun warum bin ich denn jetzt im krieg ach die haben sich gemeinsam mit einem embargo krieg hier verbündet embargo krieg was heißt denn das oh das ist nicht gut das ist wirklich überhaupt nicht gut wir heben sofort alles aus was wir haben und ich habe die befürchtung dass wir sogar alle vasallen dinge ausheben müssen ich habe wirklich die befürchtung dass das hier eine ganz großflächige angelegenheit wird okay das war jetzt sinnlos aber egal zusammenlegen und dann werden wir schiffe holen und hier erstmal alles rüber transportieren das ist ja eine frechheit wir kletter uns einfach einen krieg hier kommt ihr mal hier alle ran bitte den müssen wir da gleich wegkriegen auf jeden fall und zwar dringend da gab es eine erbe geschichte so mein mitverschwörer ist jetzt da dran das interessiert mich aber aktuell sehr wenig wir marschieren hier direkt auf die armee dass wir die sofort platt kriegen mit den 13.000 also nämlich auch schon eine armee von pisa die lösen sich mal ganz schnell auf damit es nicht zum kampf kommt okay und wir werden erstmal hier in treviso angreifen und direkt hier mal die reichsrömische tausender stack armee zerstören so erfolg der wein ist oberbürgermeister leonard nicht bekommen er ist gestorben ohne den namen zu kennen sehr schön das ist wunderbar wir haben gewonnen und wir gehen gleich weiter und greifen hier auch direkt in padua die pisa armee an dass wir die bloß wegkriegen hier so oberbürgermeister klothär hat nämlich jetzt geerbt und wir haben erst ein prozent wegen der schlacht okay naja wir müssen erstmal diese ganzen armeen gleich zerstören das ist tatsächlich hier sehr wichtig so das sieht gut aus da muss ich auch gar nicht drauf gucken das geht hier von ganz alleine so komplett zerstört auch die werden wir jetzt noch abfangen und vernichten die werden wir hier ausladen und die brauche ich jetzt nicht unbedingt extra die werden wir mal auflösen so okay haben wir auch zerstört hier sind nochmal 1500 mann ich glaube wir werden gleich mal die armee hier entsprechend halbieren und werden eine armee fürs kämpfen nehmen nämlich diese hier und die andere armee für belagerungen schicken die schon mal hin nach padua so marschall benoit macht euch einen vorschlag fürst ich bin der ansicht dass oberbürgermeister john leone einen exzellenten befehlshaber abgeben würde meinetwegen der ist zwar nicht besonders gut aber wir nehmen mal alles so zwei kindern bildungsschwerpunkt antonia und alda das sind ja die beiden zwillinge hier die eine ist schwachköpfig die andere ganz okay ja wird antonia hier die familientradition der der fähigen 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 verwalter auf jeden fall befördert bekommen und alda ja wird das ebenfalls machen gar keine überlegung hier das ist auf jeden fall wichtig so er kann leider rechtzeitig fliehen das ist nicht so schön dann können wir hiermit auch direkt nach triviso marschieren und nach aquitania ne aquilea aquitania sage ich schon so die schiffe können wir erstmal auflösen dass die uns hier nicht auf dem säckel hängen die fürsten haben zugestimmt besitztümer werden belagert das hat sich ja gleich dann erledigt jawoll nochmal eine kleine armee des kaisers hier zerstört sehr schön immerhin schon bei 6% alleine nur durch schlachten aber wir haben natürlich noch nicht die großschlacht geschlagen wir dürfen nicht vergessen boah der will uns alle handelsposten zerstören das ist es also das ist ja eine frechheit das ist ja eine echte frechheit na warte euch werde ich bluten lassen hier das werdet ihr mir bereuen ihr schweine das lassen wir nämlich nicht mit uns machen der dschihad ist fehlgeschlagen ja im prinzip können wir ja auch die armee eigentlich nochmal 2 teilen mit der nächsten armee noch weiter erobern hier handelshafen in venedig wurde fertig gebaut sehr schön könnten wir auch nochmal weiter ausbauen ich will es aber aktuell nicht machen weil ich das geld natürlich jetzt im krieg lieber sparen möchte das ist ja logisch ja da kann er ruhig mit 1700 leuten kommen nach ferrara das ist mir dann auch egal schicken wir unsere leute wieder hier hin und auf geht's so können wir nämlich hier viel von ihm erobern und ihn hoffentlich dazu zwingen aufzugeben ja wahrscheinlich werden wir es nicht mehr schaffen ihn abzufangen hier ist einfach zu schnell dann haut dann wieder ab ne mhm oh so 14.000 na dann müssen wir uns jetzt mal beeilen hier mit den armeen dass wir hier rein marschieren der will uns auf jeden Fall wieder ärgern wann sind wir da 4. August 4. August in ferrara allerdings erst und das ist ja blöd dass der nicht direkt da rein kann die schlacht startet am dritten schon ja gut wir haben die 3500 sind immerhin über 10 aber das wird natürlich hart hier die schlacht das wird richtig hart das dauert das dauert leider zu lange bis die da sind aber damit müssen wir jetzt leben das ist hier halt ein Risiko und dass der schon wieder hier durchmarschieren darf ne das ist schon wieder da die sind alle untereinander hier befreundet das ist unglaublich ja natürlich hat der einen Pakt mit dem Kaiser als wenn der das eine Kaiserreich noch nicht genug genug Macht hat dann ist es einfach verbündet mit dem anderen Kaiserreich und dazwischen wird alles weg zerstört ey unglaublich so die Schlacht beginnt 10.000 immerhin und die sind jetzt am 13. da mal gucken ob das noch einen großen Unterschied macht wir schauen uns die Schlacht mal an wir schlagen uns wieder gut die haben wieder zweimal keinen Befehlshaber könnte sein dass wir das noch schaffen aber es wird schwer in der Mitte sieht es nicht gut aus aber wir verlieren die Schlacht war scheiße nein wir verlieren die Schlacht nein wir verlieren sie nicht nein 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 doch ja doch wir haben sie verloren scheiße schade minus 40% geht noch weißer Frieden wahrscheinlich nicht mehr also können wir direkt kapitulieren was bedeutet das wenn wir kapitulieren weil wir kriegen die Truppen jetzt ja niemals hoch dass wir das verhindern können hier ähm schade dass sie aber auch verbündet sind alle untereinander es ist ja so eine so eine unfaire Geschichte hier man wird hier völlig weggebashed und kann nichts machen wie unfair ja dann haben wir eben noch zwei Handelsposten verloren was soll ich denn machen ist halt ist halt jetzt so können wir halt nicht ändern verloren haben wir das Ding sowieso da könnten wir jetzt auch noch 10 Kompanien uns holen nein 10 hätten wir gar nicht das Geld für aber ja das bringt uns ja sowieso nix hier ärgerlich die Geschichte echt ärgerlich so Gattin Hedvika ist immerhin wieder schwanger na sehr schön so Gefolge bleibt übrig zwei Schiffe 22 dann können wir damit gleich die Truppen abtransportieren wenn die hier unten im Bari sind oh wie ärgerlich vor allen Dingen das ist doch so unfair die sind schon so übermächtig als Kaiserreiche und haben trotzdem noch Bündnisse untereinander und das ist sogar erlaubt das ist eine Schweinerei ehrlich die können ja es ist ja kein Wunder dass sie so riesig sind die sind ja unbezwingbar in dem Spiel naja sie hat keinen Pakt aber der König von Italien der miese Penner ey also das ist echt so ne Sauerei dabei gibt's hier gibt's ja schon Verteidigungspakte aber es hilft nichts der erweitert sein Gebiet wie er lustig ist zerstört nebenbei halt unsere Handelsposten super super ärgerlich so wieder eine gefährliche Fraktion geht schon wieder los hier können wir aber gerade wirklich nicht ändern ist echt ein stehen echt an einer richtig blöden Stelle aktuell so ich habe neulich mehr Zeit mit Ted Vika verbracht Eheglück Glück das ist schön schwanger ist sie auch nochmal so das Bündnis wurden beendet Gian Leone ist nicht mehr Hofspitze immerhin Gian Leone ist down das sollte uns hier doch ein bisschen helfen wobei der hier schon wieder irgendwie einen Handelsposten übernommen hat von irgendwo her keine Ahnung wir haben lustigerweise unsere 20 noch also wir haben jetzt keinen verloren wie es aussieht aber warum der jetzt nur noch 3 von 4 hat und der 6 von 6 verstehe ich auch nicht so ganz hat der vorher auch schon 6 gehabt alles sehr komisch muss ich euch ganz ehrlich sagen verstehe ich nicht aber gut manche Sachen muss man ja auch nicht verstehen so Albano kriegt jetzt auch wieder Geld dass er gewählt werden kann und wir müssen den Hofspitzel besetzen oh da schreibt mir irgendjemand was auf Discord glaube ich das sollte eigentlich nicht an sein in der Aufnahme nun gut lassen wir uns nicht ablenken Felice in den Hof nehmen ich denke nicht dann nehmen wir lieber unsere Gattin Hedvika ist nämlich auch sehr talentiert die ist gerade schwanger aber das kann sie machen ah ok technologische Wunder wie sieht es denn aus haben wir irgendwo hier Beteiligungspakt ähh Kulturen Wirtschaft Technologie gibt es gar nicht ne direkte Vasallen ja wie sieht denn das aus ähm Hedvika also wir haben hier bei uns in der Hauptstadt darf ich mal bitte anklicken nein danke 181615 was haben die denn hier in Rom 181818 und hier haben die zum Beispiel 181818 also in das habe ich mir schon gedacht dass hier in dass es sich lohnen würde am ehesten hier in Konstantinopel Technologie zu studieren allerdings will ich eigentlich eher momentan sicherheitshalber auf Intrigen aufdecken gehen das wäre mir an der Stelle sogar noch ein bisschen wichtiger so Befehlshaber Google Emo bitte sonst haben wir wieder keinen jo sonst haben wir wieder nur ja Zinibaldo höchstens noch können wir auch mitnehmen so mehr ist aktuell leider nicht drin nun gut so Kindheitsfokus für Tibursch für unsere Tochter ja gucken wir mal was wir da bekommen und zwar erhält ihr eine 6 2 3 4 5 6 Demut okay Tibursch wird demütig erzogen das kriegen wir auch hin irgendjemand strebt schon Felice umbringen das ist in Ordnung da mache ich sogar mit der Kämmerer von Istrien den können wir sogar ganz gut leiden und ihn hier hassen wir ja eh schon ohne Ende weil der ein ganz schön ehrgeiziger Typ ist der uns wirklich als religiöser Eiferer nicht besonders der uns sehr suspekt ist hat auch schon 2 Frauen überlebt mit 64 Jahren ich glaube da unterstützen wir mal vielleicht ist Ubizo auch noch dabei können wir die Brichtone Familie wenigstens noch etwas vielleicht noch etwas ähm schwächen ok so 64% ist jetzt aber immer noch nicht so viel haben wir denn noch die Möglichkeit irgendwas beizutragen hier Guido von Weglia da gab es ja keine hohe Chance 94% naja 145% schon eher ist aber unser eigener Familienstamm und sie auch nicht ja dann lassen wir das erstmal so unsere sind Gefolgetruppen ok ziehen wir erstmal zusammen hier schon wieder ein Befehlshaber weniger das ist auch immer ziemlich random äh ja gut das Gefolge ist nahezu ausgelöscht wie es aussieht Armee einschiffen ach die ist schon wieder latent zu groß ah schade machen wir es so so hier bitte ab ins Schiff und dann ab nach Venedig da helft ihr mir am meisten äh Gefolgegröße ja da haben wir einiges noch aufzubauen das dauert würde ich sagen aber so richtig so Marco unser offizieller Nachfolger und Alice haben noch einen Sohn mit dem Namen Demetrio schon der dritte Sohn hier Demetrio der andere ist Mario der ist jetzt 10 Jahre alt und der zweite Sohn Achill der ist 4 ok aber das sieht doch aktuell eigentlich gar nicht so schlecht aus muss ich sagen also die Candianos sind äußerst fruchtbar so in letzter Zeit mache ich mir aber Sorgen über meinen Sohn Eve das Kind wächst in dem Glauben an einen falschen Gott heran der Eve außer Illusionen und leeren Versprechen überhaupt nichts bieten kann ist Eve vielleicht bereit zum wahren Glauben wir können die jetzt aus dem Koran vorlesen ich würde auch sagen nein das Risiko das ist ja nur entstanden aus einer Laune heraus das hat glaube ich Doge Valorant nie ernsthaft verfolgt das Risiko ist viel zu groß für uns beiden das machen wir natürlich nicht so aber Eve braucht jetzt einen Fokus ja was ach schwierig wir versuchen es tatsächlich mal Marco ist verstorben bin ich mal gespannt wen wir jetzt wählen können ja wir haben äh ja er könnte auch Intrigant werden ich glaube wir gehen mit ihm mal tatsächlich auf Intrige ja er ist muskulös ja er wäre ein guter Kriegsherr ist auch eigenwillig aber leider auch zaghaft das ziemt sich nicht ich glaube er wird tatsächlich versuchen Intrigant zu werden hier Eve ja wir könnten natürlich auch sagen Fokus Grundlagen der Verwaltung aber da er da gar keinen positiven Trait hat ist es denke ich mal für ihn nicht aktuell so Marco ist verstorben was machen wir jetzt wir brauchen oh man oh man wir brauchen einen Nachfolger und jetzt tritt das ein was so der schlimmste Fall ist wir haben einfach niemanden der den Wert 10 erreicht am besten steht momentan noch Raoul da aber da wir ich glaube da wir Eve so abgöttisch lieben werden wir trotzdem Eve schon mal als Nachfolger bestimmen jetzt haben wir nur das Problem dass wir keinen männlichen Nachfolger mehr haben es kann also sein dass tatsächlich jetzt ein Bregtone nachfolgt und wir nichts machen können ja ähm weil wir keinen männlichen Nachfolger mehr bestimmen können es gibt einfach keinen aktuell doch achso Ugolino wäre noch da oh ja da müssen wir den natürlich nehmen sorry das hatte ich übersehen dann natürlich Ugolino Ugolino wird weiterspielen äh wird weitermachen genau ja jetzt haben wir das Spiel endgültig ausgetrickst so da müssen wir auch noch ein bisschen Geld rein investieren dass das auch passt oh man das wird wird echt hart so dann brauchen wir eine neue neuen Kämmerer da haben wir tatsächlich noch Klothär den Dogen von Apulien oder einen zweiten Klothär den Oberbürgermeister von Zaglum ja nehmen wir den der mag uns auf jeden Fall mehr beziehungsweise wir ihn dann nehmen wir Klothär ja keine Frage so auch er wird versuchen die Wirtschaftsfortschritte in einer naja Grafschaft ist es ja bei uns nicht sondern in der Stadt Venedig zu erforschen um entsprechend die Technologieverbreitungsrate zu erhöhen ok so ja das war doch echt eine knappe Geschichte hier aufgebote ich habe doch die aufgebote alle weggenommen ach die Schiffe ja ist ok natürlich lösen wir jetzt die Schiffe auf keine Frage ok so dann würde ich sagen machen wir für diese Folge mal wieder Schluss leider mussten wir uns diesmal dem Kaiser geschlagen geben das kann nicht immer funktionieren äh angeblich hatte er Handelsposten zerstören dürfen aber irgendwie hat er das ja eh vorher schon gemacht und jetzt sehe ich ehrlich gesagt nicht dass hier ein Handelsposten irgendwo weggegangen wäre ich glaube oder haben wir einen jetzt verloren ich weiß es nicht 20 oder 21 da macht es jetzt auch ehrlich gesagt wenig Unterschied naja schauen wir mal also bis zur nächsten Folge liebe Leute machts gut euer Tastenhor sagt ciao 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 Vielen Dank.